Achtung! Dieses Video hat nichts und wirklich absolut nichts mit Basketball zu tun. Yo, hier ist Mr. Mike! Heute mal mit einem ganz anderen Video, aber mit einem, das mir sehr persönlich sehr gut gefällt, weil es geht jetzt mal um Musik. Ich liebe ja Musik und vor allem Beats, wenn es ein richtig guter Beat ist. Und ja, jetzt habe ich etwas echt Lustiges gefunden, was echt eine Menge Spaß macht, Beats selber machen. Und ich habe jetzt schon ein bisschen rumgebastelt und ich möchte euch jetzt hier meinen allerersten selbstgemachten Beat präsentieren. Mit dieser Loopstation hier habe ich das Meisterwerk kreiert und es ist wirklich unglaublich lustig, da einfach rumzuspielen, rumzuexperimentieren. Ich bin natürlich absoluter Anfänger und habe natürlich überhaupt null Plan. Ich muss mich da echt stunden, tagelang reinfuchsen, bis ich da wirklich drin wäre, aber so die Feinheiten. Und ich habe halt auf die Schnelle jetzt so einen kleinen Beat gemacht und es ist wirklich sehr witzig, weil du kannst ja so viele verschiedene Elemente und überhaupt, wisst ihr vielleicht selber. Und dieses Teil ist einfach echt genial. Checkt das mal aus, wer echt so ein Teil braucht. Unter der Videobeschreibung ist der Link dazu. Also ich feiere das echt ohne Ende. Super geil. Aber jetzt mal zu meinem Beat. Ich habe hier mal verschiedene Elemente genommen. Fünf Elemente kann man hier verwenden. Ich spiele es euch mal einzeln vor. Vielleicht machen wir das zusammen. Okay, passt da. Tier. Das ist alles schon. Ja, ich spiele es. Wenn das kein Hit ist. Wenn das kein Hit ist. Super geil. Also wirklich der Hammer, dass Teil der Kammer so lustig, ihr verrückte Sachen mitmachen könnt ihr euch das nicht vorstellen. Es ist wirklich sehr, sehr witzig. Ja, diesen Track vor allem gibt es jetzt auf meiner Website www.mrmikeproduction.com gratis, for free zum Download. Einfach mal auschecken. Und auch meine ganzen anderen Lieder, die ich so verwende, also von mir so die selbst kreiert, kann ich ja alle da downloaden. Stehen alle bereit. Also einfach mal auschecken. Und ja, wer vielleicht ein bisschen Beat-Erfahrung hat und so, gerne in die Kommentare reinschreiben. Und dieses Teil hier, ich feiere das so dermaßen. Da kann man echt so lustige Sachen mitmachen. Und ja, echt eine geile Sache. Ich feiere diesen Track. Also der Track geht wirklich ins Ohr. Ein Meisterwerk. Wirklich, das ist wirklich ein Meisterwerk. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber ja, Geschmäcker sind verschieden. Ich feiere es. Ich feiere mich jetzt mal selber. Es ist mir auch total egal. Und in der Hinsicht, vielen Dank für Zugucken. Euer Mr. Marik. Bye. Ich feiere mich jetzt mal. obrig ok so und 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017